Hi und herzlich willkommen zu Part 57 unseres Amazing Life Let's Plays mit der lieben Macy. Meine Lieben, es ist halt so ein bisschen was passiert jetzt, gell? Also, wenn ihr dieses Video seht, dann ist Montag im besten Fall. Oder ihr seht es natürlich später, ist ja auch kein Problem. Dann habe ich aber am Donnerstag vorher, am 28.11., einen Post im Community Hub gemacht. Und zwar geht es darum, wie die Zukunft des Amazing Life bzw. das Million Dollar Girl Let's Plays sein wird. Ich habe euch da ein bisschen was reingeschrieben. Ich habe euch sogar ein kleines Video dazu aufgenommen, weil ich so unsicher war, wie es weitergehen wird. Wenn ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, würde ich euch empfehlen, hier kurz zu stoppen und euch erstmal das Video anzusehen. Ich verlinke euch das hier oben auch nochmal in der Infobobbles-Box und natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung. Denn es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie es weitergehen soll. Weil ich mag das Amazing Life Let's Plays total. Ich liebe Macy, ich liebe die Jungs. Und dennoch merke ich das so langsam. Also jetzt mal abgesehen von den Boys, die da gerade wieder eine Rolle gespielt haben. War natürlich spannend. Aber wir sind in Folge 57. Und so viel passiert hier irgendwie nicht. Und ich habe so das Gefühl, wir brauchen was Neues und mehr. Und deswegen habe ich euch eben eine sehr wichtige Frage gestellt. Schaut euch das Video gerne an. Kommentiert gerne unter das Video, das ich verlinkt habe. Nicht unter dem, weil am besten dort, damit ich das alles gesammelt habe. Und dann werden wir über die Zukunft sprechen von Amazing Life und Million Dollar Girl. Aber was ist heute hier wichtig? Heute ist hier wichtig, dass wir uns für Arvid entschieden haben. Und ja, es waren natürlich nicht alle super duper happy. Aber der Großteil war schon sehr happy damit. Und kann die Entscheidung von Mace auch verstehen. Es ist natürlich so, dass einige trotzdem sad sind. Weil Ben war einfach ein toller Mann. Und das sehe ich auch so. Und ich hätte es auch mal cool gefunden, ein Kind aus einer anderen Beziehung mit in die Familie zu holen. Aber irgendwie hat es dann halt doch nicht gepasst. Und in dem Fall ist Arvid einfach ein Sim, der Mace auf Hemden tragen wird. So wie sie es gerne möchte. Und wie sie es auch verdient. Und wie sie es, naja, auch von Louise, von dem Freund ihrer Mom gewohnt war. Sie hat auch mal gesehen, wie toll er sich um ihre Mutter gekümmert hat. Ja. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, wir werden uns heute noch mal ein bisschen mit Arvid und den Jungs unterhalten. Und dann geht es also direkt rein in die Folge. Ich wünsche uns allen ganz viel Spaß. Und let's go. Die Jungs sind ja so vom Charakter her eher lieb, süß und glücklich und so. Und der Vorschlag, den ich in dem Video gemacht habe, war ja so ein bisschen, ob wir, jetzt labere ich trotzdem die ganze Zeit drüber, ne? Aber ich muss es ja irgendwie auch begründen. Ob wir vielleicht so eine Art Teen-Runaway-Challenge machen mit den Zwillingen und der Tochter von Million Dollar. Ja, doch, genau, von der Tochter von Million Dollar Girl Let's Play. Und ja, ich kann mir gerade, er hat die Augen schon wieder anders. Ich kann mir gerade auch nicht vorstellen, dass Mace und Arvid zulassen würden, dass die Jungs einfach abhauen und so. Aber vielleicht machen wir das dann wirklich so, dass sie halt wirklich nur eine Woche weg sind. Und dann sagen die Eltern aber, ja, dann versucht euer Leben zu leben und tobt euch aus. Oder, oder, oder. Weil ich bin nicht immer so dafür, wenn ein Drama entsteht und so. Weil Arvid und Mace werden die Jungs ja gut großziehen, sodass sie keinen Grund haben werden, abzuhauen. Aber ja. Oder vielleicht ist die Teen-Runaway-Challenge auch nur mit Cody und dem Million Dollar Girl Mädchen. Weil Cody ist ja so ein bisschen der kleine Rebell, haben wir gesagt. Okay, so, jetzt drücken wir einfach mal Play. Ist Arvid denn noch zu Besuch? Ja, oh, oh, steht hier oben im Bad. Mmh, Arvid. So, wir wollten heute ins Kino gehen mit der lieben Annabelle und den Jungs. Dann frühstücken wir vielleicht erst mal. Oh, Mace, du hast gar nicht so viel Hunger. Na doch, ein bisschen schon. So, Jungs, ähm, ich hab mir überlegt, wir könnten ja heute ins Kino gehen. Arvid wollte mit euch gerne gehen. Ja, genau, Jungs, habt ihr Lust? Oh, ja, ins Kino klingt super. Ja, weil heute ist Samstag und es ist schönes Wetter. Wie wäre es, wenn wir erst ins Schwimmbad gehen und dann ins Kino? Oh, das ist eine coole Idee. Ja, ich glaub, oh, na toll. Ja, ich glaub, in Ciudad Enamorada gibt's ein neues Kino. Ciudad Copperdale? Ah, weiß ich auch nicht genau. Ich würd' einmal das Auto tanken und dann hol' ich euch ab, ja? Okay, super, wie cool. Oh, Mami, ins Schwimmbad, das ist perfektes Wetter dafür. Ja, das find' ich auch eine tolle Idee. Und danach gehen wir, naja, ein bisschen, ähm, ins Kino. Ja, das ist so cool, dass Arvid das mit uns macht. Ja, ich werd' jetzt aber auch Annabelle gleich anrufen. So. Haben wir irgendwie noch die Möglichkeit, irgendwas zu posten? Okay, wir kriegen hier irgendein Video hochladen. Ja, okay, egal was. Naja, gut, dann machen wir das doch noch schnell. Jungs, ich muss aber noch kurz arbeiten. Oh nein, Mami, doch, doch. Aber ich bin ganz schnell. Das geht doch super fix, ne? Also macht hier mal ein bisschen langsam und ich arbeite noch ganz schnell. Dann können wir los. Oh, Dad ist zu Besuch. Oh, geil, der hat jetzt die Haare graus. Stylo, Milo, komm rein. Der war schon lange nicht mehr zu Besuch. Oh, wir haben ein Tantienbier bekommen. Okay, selbstsicheres Video. Oh mein Gott, okay. Sollen wir das noch bearbeiten? Selbstsicher Video bearbeiten? Wir übernehmen das abschließende Editing, wenn du das Video... Ach so, ja, okay, dann müssen wir das ja gar nicht editieren. Oh, Dad. Hi, was machst du hier? Hey, ich wollte mal hören, wie es dir geht. Oh, dir müsste ich noch Senioren-Skin geben. Komm doch rein. Wie geht's den Jungs? Oh, ich glaube gut. Was machen sie? Wir gehen jetzt gleich ins Schwimmbad. Deswegen, du bist ein bisschen ungünstig gekommen. Opa, hallo. Ja, wir gehen jetzt nämlich ins Schwimmbad. Oh, das klingt ja großartig. Ja, die Mama und ihr Freund, wir gehen zusammen ins Schwimmbad. Oh, Mace, du hast einen neuen Freund? Ja, na ja. Na, wie sagt man denn? Ähm, ja, schon irgendwie. Das ist doch super. Ja, aber du, Dad, das ist wirklich schlecht jetzt. Wir müssen echt los. Sonst wird's zu spät. Ja, nein, klar. Ich wollte euch nicht aufhalten. Ich geh mal zu Myron rüber. Ja. Myron ist übrigens nicht der Sohn von Prent. Ja, dein anderen Vater. Nee, warte mal. Nicht auf aktuellem Grundstück, sondern wir planen ein gesellschaftliches Ereignis und dann vor Ort. Und dann machen wir ein freundliches Treffen. Können wir machen, ne? Familientreffen? Nee, freundliches Treffen vielleicht einfach. Dann die Gäste. Avid. Achso, okay. Avid. Cody Kian. Wie Annabelle. Annabelle ist nicht die Familie von Mace. Okay, wir machen kein Familientreffen. Wir machen... Können wir einfach eine Poolparty machen? Das klingt großartig. Gastgeber, die Mace. Gäste. Avid. Cody. Kian. Annabelle. Supersache. Supersache. Können natürlich auch Mom... Nee, lieber nicht. Lieber nicht. So, jetzt gucken wir mal. Siudat. Nee, habe ich mich natürlich versprochen. Es war nicht Siudat. Nee, es war... Oh, was war das denn? Wenn ich es lese, weiß ich es wieder. Es steht hier aber leider nicht. Sansekuja? Ja, Sansekuja Erholungszentrum. Da wollte ich hin. Da gehen wir hin. Wie schön. Oh, Macy. Es ist so toll, dass wir zusammen da jetzt hingehen. Hi, Jungs. Und dann sagen die uns so, hallo. Ähm, Avid, wie cool. Ähm, also Annabelle, das ist Avid. Das ist ein Freund von mir. Oh ja, hallo, Avid. Hi, Annabelle. Wie schön, dich kennenzulernen. Ja, dann spielt doch mal eine Runde, Kinder. Okay. Und jetzt gehen die Kids nicht dahin zum Spielen? Doch. Als Weltraumforscher spielen. Und du kannst vielleicht eine Runde schwimmen. Ah, wir können eigentlich alle schwimmen gehen. Annabelle, kommst du auch mit zum Schwimmen, bitte? So, jetzt habe ich eine Runde mit allen gemacht. Gehen wir mal eine Runde schwimmen heute, weil es ist auch ein mega heißer Tag. Oh, ich finde das so schön. Jetzt können sie zusammen schwimmen gehen. Ach, das ist ja richtig toll. Ah, da bauen die Jungs auch Motorikfähigkeit auf. Super. So, Mace hat, glaube ich, genug jetzt langsam. Avid auch? Ja, Avid hat auch genug. Wie Mace schön die Treppe nimmt und Avid einfach aus dem Poolrand steigt. Ach, das war so eine tolle Idee, Avid. Ich danke dir nochmal für den Vorschlag. Total gerne. Du weißt, ich verbringe gern Zeit mit den Jungs. Richtig cool. Ja, sie machen das auch richtig gut. Sag mal, haben sie ihr Pferdeschwimmer-Abzeichen? Pferdesieb? Seepferdchen gemacht? Ja, aber schon lange. Du, die waren ja Überflieger beim Schwimmen in der Schule schon. Ja, ja. Nö, da haben wir gleich das Seepferdchen gemacht, ne? Aber, ja, vielleicht werden sie mal Leistungsschwimmer. Das kann ja sein. Weißt du, die Jungs sind ja total talentiert. Ja, sind sie wirklich. Ja, ähm, und, ähm, naja, äh, wie, wie, ist es sonst so? Naja, ich dachte, wir könnten vielleicht, wenn die Jungs dann später im Bett liegen, könnte ich dir was kochen. Oh, das klingt super lecker. Mhm, nee, das kannst du sehr gerne machen. Kannst mir was kochen, ja? Oh, ist das süß, Leute. Wer ist denn da, meine Lieben? Look at this. Oh, oh, hallo, äh, hab ich sie nicht letztens bei uns in der Straße gesehen? Ähm, oh, hi, äh, ich weiß nicht, vielleicht? Ich muss nur kurz wegwischen, meine Tochter hat hier alles nass gemacht, nicht, dass jemand fällt. Ich kenn dich doch, du bist doch, bist du nicht neu eingezogen? Ich bin gerade mit meiner Familie nach, ähm, äh, Tomaran gezogen. Tomaran? Nein, Patrossa gezogen. Oh mein Gott, dann bist du meine neue Nachbarin, das ist ja toll. Oh, sind wir? Ja, wir sind Nachbarn jetzt. Oh, das ist ja klasse. Ich wusste gar nicht, dass, ähm, in dem Nebenhaus jemand wohnt. Ich hab noch gar nicht nachgeschaut. Ja, nein, nein, wir wohnen da jetzt. Ja, wir sind, also wir wohnen da schon länger, ne? Wir sind Nachbarn. Bist du nicht auch so eine Modeikone oder so? Irgendwoher kenn ich dich doch. Oh, oh, ist alles in Ordnung bei dir? Ja, sorry, mein Baby hat gedrehten, alles gut. Oh, süß. Haben sie, äh, du, wollen wir uns duzen? Ja, gerne, können wir machen. Daisy ist ja ein Weltstar, ne? Aber sie ist nicht so der abgehobene Weltstar, meine Lieben. Außerdem sind wir auch schon aufgehender Stern, excuse me. Äh, deswegen werde ich Daisy jetzt bei unserem Girl sich vorstellen lassen, weil, also das ist Daisy aus dem Million Dollar Girl Let's Play, falls ihr das noch nicht geschaut habt. Und sie ist jetzt nicht so der Sim, der, ich sag mal, total abgehoben ist oder so. Deswegen lasse ich sie jetzt mal sich freundlich vorstellen. Oh, warte mal, wir können uns freundlich vorstellen, beste Freunde. Das ist gut. Ja, das hab ich schon gedrückt, ne? Da hast du ja mir schon recht, wenn sie sich direkt gut verstehen würden. Ja, ein bisschen, okay. Oh, ich muss leider ganz schnell, äh, auf die Toilette. Ich bin sofort wieder da. Ja, super. Und, äh, Sie wohnen auch in dem Haus, oder was? Äh, ja, nein, nein. Also, ich bin noch nicht eingezogen. Ähm, Mace ist meine Freundin. Wir sind noch nicht so lange zusammen. Ach so, okay. Ja, mein Mann, der ist, ich weiß nicht, wo er ist. Ich hab ihn vorhin gesehen, aber jetzt ist er irgendwie unterwegs. Er ist bestimmt bei Paris Victoria. Äh, deiner Tochter. Ja, genau, meiner Tochter. Ja, Mensch, klasse, das ist doch super schön. Ja, toll, dass, äh, jetzt auch ein Kind in der Nachbarschaft wohnt. Wie alt ist denn ihre Tochter? Ah, Paris Victoria ist... Ein Kind, Leute, was weiß ich, wie alt das ist. Oh, super, die Jungs sind im gleichen Alter. Oh, dann wird Paris Victoria ja sicher auch auf die gleiche Schule gehen. Ah, ja, vielleicht. Ich hab euch übrigens auch... Oh, zur Verlobung gratulieren. Ich hab euch übrigens auch gefragt, wie wir das machen wollen. Und was ihr denkt, was Arvid arbeiten könnte. Und ihr habt so coole Vorschläge geschrieben. Unter anderem Sportler und so. Und was mir aber richtig gut gefallen hat, war tatsächlich Bildungswesen Lehrer. Weil ich mir das sehr gut vorstellen kann. Er liebt Kinder. Er findet es total toll, mit denen zu spielen, mit denen zu reden und denen was beizubringen. Und wir könnten ihn ja zum Lehrer machen. Und dann hat er halt aber eben den Fokus eben auf Sport. Das geht ja in Sims nicht so, dass man das machen kann. Aber das wäre eine coole Idee, finde ich. Nee, 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 nee. Mace, geh bitte erst mal pieseln. Mace, geh bitte erst mal pieseln. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Oh, jetzt ist sie, glaube ich, gegangen. Oh, Mom ruft an. Macy Maus, du. Oh, nee. Also, ich hab dich doch so nicht erzogen. Mom, was ist denn? Wann kommst du vorbei, Schatz? Ich bin so einsam. Mom, du hast Louise und Charlie zu Hause wohnen. Ja, da sicher. Aber das ist ja langweilig. Den ganzen Tag langweilig. Kommst du bitte mal zu Besuch? Oder ich komm? Ah, Mom, alles gut. Ich komm bald mal vorbei, okay? Na, das wär mir doch so recht. Meine Jungs, ich vermiss meine Jungs. So, wie geht's denen? Oh, die werden so schnell groß, Mom. Oh, ich verpasse alles. Das ist so furchtbar. Nee, da muss ich unbedingt bald wieder vorbeikommen. Nee, also nee, nee, nee. Nee, nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Doch, doch, doch. Da komm ich vorbei. Nee, doch, doch, doch. Da komm ich auf jeden Fall bald, bald vorbei. Ja, ja, ich komm. Okay, Mom. Annabelle und die Jungs spielen hier ein bisschen. Oh, hat einen Bauchplatscher gemacht. Autschen, ey. Oh. Kian kennt Annabelle noch gar nicht. Das müssen wir mal ändern. Weil Cody versteht sich schon voll gut mit Annabelle. Vielleicht zieht ja sogar Annabelle auch mit aus. Die Visiting Runaway Challenge mit vier Teenagern. Aber wär schon auch sehr wild, oder? Das wär schon auch sehr wild. Vielleicht wär's mir zu wild. Vielleicht machen wir echt bei der Teen Runaway Challenge, die ich nur mal in den Raum geworfen hab, ne, tatsächlich so eine Liebesedition auch draus. Dass vielleicht wirklich Cody oder Kian, einer von beiden, sich in Paris Victoria verliebt und die dann abhauen zusammen. Ja, das fänd ich, glaub ich, auch süß, dass wir mal gucken, ob einer der Jungs sich vielleicht in Paris Victoria verknallt und die zwei dann eben ausbüchsen sozusagen und dann ihr Teen Runaway Live machen. Dann wär Macy, hätte sie noch einen tollen Sohn zu Hause. Und Million Dollar Girl hat ja auch noch Geschwister, die dann auch zu Hause bleiben. Das fände ich schon irgendwie spannend, muss ich sagen. So, jetzt, es waren sehr viele wilde Ideen. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Oh nein, jetzt ist schon so spät. Oh ja, Arvid, wir waren den ganzen Tag am Pool. Jetzt ist es vielleicht doch schon ein bisschen spät, mit den Jungs noch ins Kino zu gehen, findest du nicht? Ja, stimmt. Dann lass uns lieber nach Hause fahren. Oh, warst du jetzt gar nicht auf Klo? Nee, komm, geh bitte noch pinkeln. Bitte, 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 geh noch pinkeln. Nicht? Oh Gott, wir gehen nach Hause. Okay, du gehst mal ganz schnell rein pieseln und Annabelle schläft ja heute Nacht hier. Wir haben leider kein Bett für Annabelle. Haben wir einen Schlafsack? Dann können wir nämlich Annabelle hier schlafen lassen. Wo ist denn dieser Schlafsack? Den muss ich nämlich immer... Ah, hier ist er doch schon. Minicamper. Ich meine, die Jungs sitzen eh immer nur an einem Schreibtisch. Dann könnten wir den vielleicht sogar wegmachen. Dann kann Annabelle häufiger mal hier schlafen. Oh, süß. Und dann machen wir vielleicht wirklich im Kalender auch so einen Übernachtungseintrag. Feiertag, Übernachtungsbesuch. Hoffentlich geht das, weil sie ja schon da ist gerade. Da ist sie. Annabelle, wir machen Samstag... Nee, wir müssen eine Nacht machen wegen der Schule. ...und startet jetzt. Und da kann dann Annabelle schlafen. Oh, süß. Sie hat ihren... Oh, sie hat so einen kleinen Rucksackkoffer mitgebracht. Goldig. Super, Annabelle. Dein Täschchen kannst du nach oben bringen. Das können wir dann später ausräumen. Ihr dürft auch noch ein Weilchen wach bleiben. Wirklich, Mami? Ja, es ist ja erst halb zehn gleich. Die Mails kennen da nichts, ne? Da könnt ihr natürlich noch ein bisschen wach bleiben. Aber, ja. Genau. Die Mama und der Arvid, die gehen jetzt nach oben, ne? Äh, okay, Mami. Ach, Arvid ist gar nicht mehr da. Den rufen wir natürlich an. Weil der soll auch über Nacht bleiben. Wir machen jetzt mal drei Nächte. Wir machen das jetzt einfach mal so einige übernachten... Wenn vorhandener Übernachtungsbesuch oder Urlaub beteiligt folgen, wird abgebrochen. Nein. Dann kommen wir einfach so her. Vielleicht können wir einstellen, dass Arvid über Nacht bleibt. Wir haben eine heiße Beziehung. Oh mein Gott. Romantische Gefühle von Mace für Arvid sehr zufrieden und angezogen. Es besteht weder Anziehung noch Abneigung. Vielleicht sollten die beiden sich besser kennenlernen. Okay, wir wissen noch nicht so viel von ihm. Aber das macht noch nichts. Wir werden das jetzt rausfinden. Ich werde jetzt mal eine Runde machen mit Arvid. Und dann gehen wir einfach mal ins Schlafzimmer hoch zusammen. Ja. So, und setzen uns mal zusammen hier hin. Das war echt ein richtig schöner Tag, Arvid. Also es war ganz toll. Ja, ich fand es auch wirklich schön. Und die Jungs, wir haben auch Annabelle. Die ist ja so ein liebes Mädchen. Ja, sie ist ein Goldstück. Und ist das für dich gar nicht komisch mit Annabelle? Nein, wieso denn? Was soll denn komisch sein? Naja, weil sie ist ja die Tochter von... Es ist doch nicht wichtig. Mace, ich weiß, dass du die Beziehung... Oder was? Es war ja gar keine Beziehung. Ich weiß, dass du das beendet hast. Und ich vertraue dir zu 100%. Och, Arvid, du bist so toll. Nein, du vertraust mir doch auch. Ja, obwohl mir das ehrlich gesagt immer nicht so leicht fällt. Wie meinst du das? Naja, ich wurde schon oft jetzt enttäuscht. Und es fällt mir wirklich nicht so leicht zu sagen, ich vertraue dir, weißt du. Aber ich tue es. Ich vertraue dir wirklich. Du bist ein toller Mann. Und ich will, dass das mit uns klappt. Das will ich auch. Ja. Und dann wird das klappen. Meinst du? Naja, klar. Warum denn nicht? Ja, du hast sicher recht. Warum denn nicht? Ich bin einfach nur so enttäuscht gewesen, weißt du, von der Situation mit ihm. Ja, das kann ich verstehen. Kann man das da hinstellen, Leute? Geht, oder? Ist ein bisschen eng, aber ich meine, mein Gott. Aber ich möchte auch gar nicht mehr darüber sprechen. Ich bin jetzt bei dir. Du bist bei mir, Arvid. Und ich hatte einen fantastischen Tag mit dir zusammen. Ja, ich fand es auch großartig. Voll cool, dass wir so viel mit den Jungs auch erleben können. Ich glaube, das ist echt was Wichtiges. Ja, total. Und weißt du, du meintest irgendwie, dass du, naja, auch irgendwie noch Kinder... Ach, das habe ich so gesagt, Maze. Aber ich will nur Kinder, wenn du Kinder willst. Was meinst du? Also, wenn du noch eins haben wollen würdest, dann okay. Ja, dann wäre ich natürlich nicht abgeneigt. Aber... Ah, das kann man nicht machen, oder? Es ist nicht so, dass ich unbedingt jetzt ein Kind möchte. Also, deine Jungs, wenn du mir erlaubst, würde ich sie großziehen wie meine Kinder. Ja, natürlich, Arvid. Wenn wir zusammen sein wollen, dann sind wir zusammen mit allem, was dazugehört. Ja, und dann sind ja die Jungs auch ein Teil von meinem Leben, weißt du? Ja, sicher. Und dann ist es auch, finde ich... Naja, ich meine, natürlich würde ich jetzt nicht Nein sagen, wenn du schwanger werden würdest. Nicht? Natürlich nicht. Nein, da würde ich mich ja freuen. Oh, okay. Aber ich werde dich dazu nichts drängen, Maze. Ja, weißt du... Also, ich habe immer gedacht, ich werde halt nicht noch ein Kind kriegen. Also, das wäre schon ein bisschen wild jetzt für mich irgendwie. Ja, nur so, wie es für dich passt, Maze. Ja, aber wenn du halt gerne noch unbedingt Kinder willst, dann ist es ja nur fair von mir, dafür offen zu sein, oder? Was rede ich hier eigentlich die ganze Zeit, Leute? Naja, ich wollte immer... Leute, das ist ja furchtbar hier. Was mache ich denn? Ich wollte immer eine große Familie, aber die habe ich ja mit dir und deinen Jungs. Sicher, dass dir das reicht, Arvid? Naja, ähm... Ja, weiß ich nicht, Leute, ob es ihm reicht. Ich weiß es nicht, okay? Sind wir uns einig, dass ich es nicht weiß? Vielleicht reicht es ihm nämlich nicht. Okay, vielleicht möchte er ja doch auch Kinder. Ich weiß es gerade nicht. Es haben ja schon die einen oder anderen gemunkelt, dass Maze schwanger geworden ist von dem einen Techtelmechtel. Ich schätze jetzt einfach mal nicht. Ich hoffe es auch ein bisschen, ne? Dass es nicht passiert ist sofort. Aber ja, ich weiß es natürlich nicht. Wenn es passiert, passiert es. Wahrheit oder Techtelmechtel spielen wir jetzt. Ich habe übrigens ein Spiel mitgebracht. So, was für ein Spiel? Um uns ein bisschen besser kennenzulernen. Oh ne, Hase, Abby. Abby, du musst jetzt leider alleine Kaki machen gehen. Oh Mann, ey. Wo ist denn die Haushälterin? Die macht da auch immer nix, ne? Ich steuere die jetzt mal kurz, Leute. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die Verantwortlichkeiten, Management, Aufgabe erteilen. Ne, geht ja wieder nicht. Aktionen sind im Steuern. Sie muss jetzt sich um den Hund kümmern. Der muss unbedingt mal Gassi. Die arme Abby-Maus. Ich bin ein richtiges Monster schon wieder. Tierpflege, spazieren gehen, mittlerer Spaziergang. So, mit dem Spiel können wir uns ein bisschen besser kennenlernen. Okay, ja, das ist natürlich, klar. Geht es jetzt hier nicht, weil... Spielen sie jetzt? Nein, tun sie nicht. Gut. Und sie geht nicht mit dem Hund, Gassi. Funktioniert alles super. Ja, dann müssen wir das wohl unten spielen und ich muss die Jungs wegbringen. Ah ne, die sind schon im Bett. Okay, perfekt. Äh, Annabelle. Okay, Annabelle schläft auf der Luftmatratze im Regen. Darüber reden wir nicht. Äh, und du kannst jetzt schlafen gehen. Sidra. Butler, Aufgaben erteilen, schlafen gehen. Warum spielen sie das denn nicht? Ich packe das jetzt mal in ihr Inventar. Platziere es mal irgendwo, wo man es benutzen kann. Auf dem Fußboden. Wasser leckt mir egal. Jetzt ist Karamell weggelaufen. Wir spielen das Spiel immer noch nicht. Und jetzt ist er schlafen gegangen. Ich möchte jetzt gar... Sag mal, hallo. Geh aus dem Bett raus. Du hast dein eigenes. Ich raste jetzt ein bisschen ausgleich. Was ist denn, Leute? Was ist denn? Wird dem Butler zuweisen. Ändert doch nicht alle drei Tage euren Job, ey. Jetzt ist Karamell fort. Oh Gott, oh, das ist so ärgerlich und so ein Stress. Ich habe gar keine Zeit für sowas. Günstiges Einsatzteam anrufen, was ist das? Kenn ich nicht. Ich kann noch keinen vermissten Ruf machen. Geht doch, kann ich. Äh, wie sieht es denn eigentlich mit deiner Karriere aus, Maus? Level 7 der Videospielfähigkeit erreichen, okay. Und noch ein paar Millionen Follower kriegen. Dann gehen wir vielleicht auch heute noch mal zu den neuen Nachbarn rüber. Hä, meine Lieben? Was haltet ihr denn davon? Das müsste helfen. Ich habe die Suchmeldung rausgegeben. Wieso ist sie denn immer noch wach? Sie sollte doch schlafen, habe ich gesagt. Och, das hört ja auch keiner auf mich, ne? So, let's play streamen. Sitra, schlafen Sie jetzt bitte. Okay, jetzt geht sie schlafen. Ich will auch, dass Annabelle schlafen geht, aber das kriege ich jetzt natürlich nicht hin. Oh, schade, dass dieses Spiel jetzt nicht funktioniert hat. Ich hätte mir das gerne mal angeschaut. So, Mace bekommt jetzt dadurch auch neue Follower, dass sie um 5.30 Uhr morgens streamt. Die Kids sind auch schon wach. Oh mein Gott, die sind so süß, die Kids. Das ist aber krass, wie gut sich Cody auch mit ihr versteht, ne? Kinder verstehen sich alle sehr gut. Das ist richtig süß. Mami, was machst du? Spielst du wieder Videospiele? Nein, Schatz, ich arbeite. Das sieht mir aber sehr nach Spielen aus. Ja, aber das ist auch meine Arbeit, Schatz. Na gut, ich will auch mal Streamer werden, wenn ich groß bin. Ach, Schatz, na ja. Dafür musst du schon ein bisschen mehr machen, als nur vor der Kamera sitzen. Ja, Mom, ich kann das. Ja. Ja, okay. So, wie weit sind wir denn jetzt? Die Kids spielen miteinander und gucken der Mama beim Streaming zu. So, wir haben gleich Level 7 erreicht. Und da müssen wir halt noch die Follower erreichen, ne? Das ist voll gar nicht so einfach. Oh nein, Kian mag es, wenn man sich beschwert. Na gut. Ist schön, wenn du ein offenes Ohr für Beschwerden hast, mein Schatz. So, danach soll Mace mal auf ihre E-Mails antworten. Karriere. Wo war denn eigentlich ihr soziale Netzwerk? Ah ja, Bild promoten. Oh nein, der Schatz hat die Waschmaschine, äh, die Spüle kaputt gemacht. Ich hab sie repariert, kein Problem. So, Mace, mach jetzt hier mal Level 7, bitte. Damit wir gleich zu den neuen Nachbarn können. Gut, hat sie geschafft. Wunderbärchen. Wieso hast du Geld bekommen? Wir haben einfach 120... Ah, wegen den Tandemen, okay. Wir sind jetzt bei 600.000 Follower. Das ist schon mal... Oh, Mace, mach sich gleich die Hose. Geh lieber noch schnell. Danach kannst du vielleicht mal eine Story posten oder so. Ist ja auch immer ganz hilfreich. Süß. Annabella wollte gerade den Teller wegräumen. Sie hat's aufgegeben, aber sie hat's zumindest versucht. Sie wollte ein bisschen mithelfen. Das finde ich süß. So, dann werden wir soziale Medienstatus nochmal aktualisieren. Und lustiges Meme teilen. Werben. Für Hauptprodukt werben. Mhm. Und dann kannst du noch einen Witz mit deinen Followern teilen. Und vielleicht noch ein Bild teilen. So, Kinder, ähm, wollen wir mal rübergehen? Da sind neue Nachbarn eingezogen. Ich hab die Mutter schon kennengelernt. Da ist wohl auch ein Mädchen mitgekommen. Wo ist denn Cody eigentlich schon wieder? Cody rennt nach draußen. Okay. Ja, Mami, können wir machen. Mein Papa holt mich jetzt ab. Ja, na klar, Schatz. Der holt dich jetzt ab. Das ist doch in Ordnung. Dann, ähm... Aber es war schön, dass du da gewesen bist. Und du kannst jederzeit wiederkommen. Hörst du, Maus? Ja, total gerne, Macy. Dankeschön. Ja, natürlich, natürlich. Ich hab mich so gefreut, ne? Ja. Okay. Ist das jetzt beendet oder muss ich das manuell machen? Muss ich manuell machen, ne? 150 Follower. Das war jetzt natürlich nicht so viel, Mace, ne? Sag ich dir ehrlich. Ach so, du hast auch noch Hunger. Ja, dann... Stopp! Karamell ist zurück! Wo denn? Oh, Törtchen! Willkommen zurück! Oh Gott, wie siehst du denn aus? Oh Gott, Törtchen! Du kleine Stinkbombe. Hallo, Törtchen! Ob ich jetzt bitte den Hund willkommen heißen kann? Da hat schon wieder irgendjemand geklopft. Ne, keine Zeit. Ja, aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht richtig. Willkommen zurück, Törtchen! Sobald, ähm... Du wieder sauber bist, kann ich dich auch wieder umarmen, gell? Weil du stinkst ganz schön. Mami, guck mal, wer da wieder ist! Ja, ich hab's gerade gesehen. Das ist ja toll, ne? Törtchen ist wieder da. Gott sei Dank. So, Törtchen, aber du gehst jetzt erstmal in die Wanne. Du stinkst ja bis in den Himmel hoch. Ich geh die Pfui! Ich hab übrigens auch die Alterung wieder aktiv... Wirt. Und es sterben direkt Sims. Ich hab in dieser Sekunde gerade die Alterung aktiviert. Billy ist leider gestorben. Oh nein. Angelo auch. Oh je. Aber wenigstens sind sie zu Gaza gestorben. Ähm, Billy, falls ihr nicht wisst, wer das ist, ist, äh, eine der besten Freundinnen von Macy's Mama, von Hazel. Und ich musste aber die Alterung jetzt mal wieder einschalten, weil auch Karamelltörtchen bestimmt schon 20 Jahre alt ist, laut, äh, Altersding. Deswegen, Macy hat sie als Teenagerin bekommen und auch Mom und Dad müssen leider irgendwann von uns gehen. Ich bin noch nicht bereit dafür, aber irgendwann muss es leider so sein, meine Lieben. Wie gesagt, das wird auf jeden Fall sehr traurig, aber wir müssen leider weitermachen, sonst werden die niemals von uns gehen und das geht hier leider auch nicht, ne? So, wenn Karamell jetzt irgendwann endlich mal sauber ist, können wir auch die neuen Nachbarn kennenlernen. Karamell ist sauber. Wir gehen mal zu Familie Dollar rüber. Und zwar wohnen die jetzt hier drüben. Das ist ziemlich cool. Einfach über der Brücke praktisch. Einmal über die Brücke rüber und dann sind wir da. Arvid kommt mit, Cody und Kian kommt mit. Oh, oh, sie haben einen Hund. Oh, schaut einmal, ist der süß. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hallo. Oh, der ist ja flauschig, Mami. Der ist ja super flauschig. Arvid, sieh nur. Ja, der ist ja wirklich ganz süß. Leute, ich steuere Arvid jetzt mal. Er wohnt ja noch nicht bei Maisie, aber wir steuern ihn jetzt ab und zu mal, bis er bei Maisie wohnt. Einfach, weil ich das schön finde, dass er jetzt auch das ist. Oh, der ist ja wirklich sehr putzig. Boah, das Haus ist ja so schön. Oha. Mann, das hätte ich mir auch gut als mein Haus vorstellen können. Maisie, wir wohnen doch auch schön. Na ja, aber wenn ich dieses Haus sehe, würde ich am liebsten nochmal umziehen. Ehrlich? Ja. Doch, doch, auf jeden Fall. So, Jungs, komm, wir klopfen jetzt mal. Okay, alle haben den Wuffinader kennengelernt. Alle mögen den Wuffinader. Süß, gell? Echt süß. Ey, Schatz, wieso stinkst du denn so? Oh, das ist ja unangenehm. Kannst du bitte so einen Hygienetrank trinken? Oh, das können wir jetzt auch nicht machen, ne? Hallo? Oh, guten Tag. Sie sind wahrscheinlich die Nachbarin, oder? Ja, wir wollten uns mal vorstellen. Oh, süß, guck mal, wer da sitzt und spielt. Paris, Victoria. Ja, schön, dann setzen wir uns doch alle mal an den Tisch, oder? Ich hoffe, wir passen da alle hin. Nein, passen wir nicht. Jetzt sitzen hier alle. Ist das schön. Ja, das ist echt schön, dass sie vorbeigekommen sind. Und, äh, also, sie war noch mal Mace. Ich bin Maisie. Genau, das ist mein Name, Maisie. Ja, und das ist mein Partner, Arvid. Und meine Jungs. Das ist einmal. Ähm, das ist Kian. Und das ist Cody. Hallo. Hi. Oh, wie schön. Ja, toll, dass ihr in der Nachbarschaft wohnt. Also, ich bin Daisy. Daisy Dollar. Das ist mein Verlobter. Das ist Thorne. Und das ist meine Tochter, oder unsere Tochter, Paris, Victoria. Oh, die Augen, Leute. Schön, euch kennenzulernen. Ja, hallo. So, und jetzt sollen die Kinder natürlich auch Paris, Victoria kennenlernen. Das ist wirklich ein sehr schönes Haus. Oh, danke schön. Ja, wir, naja, haben ein bisschen Platz gebraucht, wissen Sie? Ähm, ja, ja, ich hab schon gesehen. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ja, genau. Deswegen haben wir noch ein bisschen ausbauen wollen. Und dann haben wir gedacht, machen wir einen Neuanfang hier in Tatosa. Hier ist schön. Ja, hier ist wirklich voll schön. Gefällt's dir auch hier, Paris, Victoria? Ja, total schön hier. Ich mag die neue Stadt. Und man kann hier viele so tolle, schöne Sachen... Oh, mein Gott, die sind direkt Besties. Guck mal. Cody und Paris, Victoria sind direkt Besties. Und, ähm, gehst du dann auch auf unsere Schule? Ja, ich glaube schon. Auf welche geht ihr denn? Und jetzt reden sie ein bisschen über die Schule und so. Und alle unterhalten sich schön. Und lernen sich hier ein bisschen kennen. So, ich lass Thorne sich bei Arvid jetzt freundlich vorstellen. Weil, ich hab ja gesagt, ich find's immer ein bisschen komisch, wenn die Sims das nicht... Also, nur weil Thorne ein Welz da ist. Ich mein, wir sind Nachbarn. Es ist ja irgendwie klar, dass man versucht, zurechtzukommen mit den Nachbarn irgendwie. So, dann sollen die beiden mal ein bisschen quatschen, während die Frauen ein bisschen miteinander quatschen. Und, ähm, was macht ihr so beruflich? Jetzt fragen wir mal die liebe Daisy, was sie beruflich macht. So, Thorne ist nämlich Konzert-Birituose. Und, äh, Daisy, ich arbeite, naja, als Modeikone bei Smoke... Smoke... Ich kann da kein Mensch aussprechen, ne? Aggie. Oh mein Gott, den Laden kenne ich. Das ist ja großartig. Oh, dann ist die Dollar-Linie von dir? Ja, ich hab da so eine eigene Mode-Linie rausgehört. Das ist so toll. Ich trage so gern die Klamotten davon. Oh, wow. Also, ich bin ja Influencerin. Und ich bin eine sehr gute Influencerin. Vielleicht hast du mich schon mal gehört. Wie ist denn dein Nachnamen? Logan. Oh, hab ich tatsächlich... Ich hab schon einige Videos gesehen. Jetzt weiß ich auch, woher du mir bekannt vorkommst. Oh, ja, das kann sein. Ich bin auch Social-Media-mäßig total aktiv, ne? Total aktiv. Ja, dann hab ich dich da schon gesehen, jedenfalls. Äh, auf jeden Fall. Gut, meine Lieben. Schön, die Kids quatschen noch ein bisschen miteinander. Oh, jetzt ist aber schon spät. Paris-Victoria, Schatz, du machst dich jetzt mal Bett fertig. Ja, Daddy. Aber dann sehen wir uns ja morgen in der Schule. Ja. Ja, ich hab doch sogar, meine Lieben, dieses First-Crush-Ding drin. Erste Liebe. Like Girls steht bei ihm schon mal. Und er mag sie ja schon gerne. Die sind so süß, ey. Oh nein, jetzt hat sie sich eingepullert. Cody hat vor allem seinen ganzen Rucksack mitgenommen. Oh, süß. Hör doch auf. Oh, sie sind beste Freund. Oh mein Gott, schaut, Leute. Und jetzt könnten wir in der Theorie nämlich auf erste Liebe klicken und sagen, gestehen, verknallt zu sein. Ich warte jetzt mal noch, was ihr unter meinem Sondervideo geschrieben habt und auch, was ihr unter dieses Video schreibt. Ob wir vielleicht wirklich sagen, wir machen mit Paris-Victoria und Cody eine Teen-Runaway-Challenge. Ich hätte irgendwie voll Bock drauf. Und dann hätten die Let's Place, hätten eine Verbindung. Und ja, wir wollten mit Kian und Cody weitergehen. Oder ob wir Kian nehmen. Also mir ist es eigentlich komplett egal, ob wir mit Kian oder mit Cody oder sogar, dass wir mit beiden da irgendwie Schwierigkeiten haben. Dass zum Beispiel Paris sich zwar für einen entscheidet, aber den anderen halt auch irgendwie ein bisschen mag. Also da wird nie was Dreiermäßiges laufen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Vielleicht ist es ja auch Kian. Vielleicht sagt ihr eher, nein, Kian ist derjenige, der dann doch zum Rebell wird und von zu Hause weglaufen würde. Mit seiner großen Liebe sozusagen. Fände ich auch spannend. Also es muss nicht Cody sein, nur weil ich Cody als Stereotypen-Boy da irgendwie in diese Rolle gedrückt habe. Es kann auch Kian sein, der eben abhaut. Es ist vielleicht eher davon abhängig, welche Karriere ihr lieber aktiv spielen wollt. Ob ihr lieber die DJ-Karriere aktiv spielen wollt oder lieber die Barkeeper-Karriere aktiv spielen wollt. Ich glaube halt, ich wäre, und ich glaube, das ist auch noch ein Grund, warum ich eher Cody dafür gesehen hätte. Ich glaube, ich hätte halt eher die DJ-Karriere gesehen. Weil Paris Victoria macht ja auch Musik. Deswegen würde das ja schon irgendwie passen. Ob wir vielleicht sagen, sie Sängerin eher DJ, I don't know. Aber da warte ich jetzt erstmal auf eure Ideen. Ich habe jetzt viele Fragen gestellt. Ich habe viele Sachen in den Raum geworfen. Ich hoffe, dass es für euch nicht alles zu verwirrend war mit dem letzten spontanen Sondervideo und diesem Video jetzt. Ich hoffe einfach, dass wir da eine gute Lösung finden. Dass wir für alle was Schönes haben. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich bin super auf eure Kommentare gespannt. Unter diesem und unter dem Sondervideo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, meine Lieben. Macht's gut. Ab Wiedersehen. Und Tschüssli.